Speedboys, wo wir heute hier angekommen sind, kamen auch gleich ein paar Leute auf uns zu, die sich noch erinnern konnten, als wir das letzte Mal hier waren und es sind auch schon Musikwünsche geäußert worden. Und zwar ein Song, den habe ich, wenn ich mich noch recht entsinnen kann, auch beim letzten Mal schon gesungen. Ein Song, mit dem möchten wir uns mal bei den herrlichen Bedingungen hier bedanken. Es regnet nicht, es ist schön trocken, es ist für alles gesorgt. Also für die Organisation mal einen schönen Applaus, Freunde. Auch Videos hinten, die Garderobe eingerichtet haben, Echtholzlaminat, Snookertisch, Whirlpool, das wäre gar nicht nötig gewesen. Kein Massage? Ja, kein Massage auch. Wem? Zehn Massöse? Ja, Quatsch für fünf Mann. Aber alle Konrad in Anspruch genommen. Richtig, ja, ja. Aber wir teilen uns dann nachher noch ein.